Das Zeichen Skorpion ist das herbstlichste unter den drei Wasserzeichen. Mars regiert es und in der ersten Dekade kommt sein Einfluss am stärksten zur Geltung. Die zweite Dekade hat Neptun als Unterregenten. In der dritten Dekade ist der Mond Unterregent. Allerlei düsteres und unerfreuliches wird diesen Zeichen und den Menschen, die in ihm geboren wurde, nachgesagt. Vor Skorpionen wird gewarnt, heißt es. Ist das gerechtfertigt? Nun, richtig zahm, fügsam und problemlos ist der echte Skorpion gewiss nicht. Schon eher schroff und dickköpfig. Aber das ist zum Beispiel auch mancher Steinbock. Ziemlich egoistisch, so wie man es auch von Stiergeborenen kennt. Sind das nicht auch die Geborenen des freundlichen Zwillingezeichens? Kurz und gut, der Skorpion weist eine Reihe von Eigenschaften auf, die vielleicht nicht die angenehmsten sind, die er aber keineswegs für sich allein gebrachtet hat. Er teilt sie mit vielen anderen. Wie kommt es also dazu, dass gerade dem Skorpiongeborenen zur Last gelegt wird, was bei anderen Menschen stillschweigend in die Rubrik Schwächen, von denen niemand frei ist, einzureihen, bereit ist. Zum Teil mag es daran liegen, dass der Skorpiontyp gar nicht den Versuch macht, sich seiner Heftigkeiten oder Undugenden abzugewöhnen. Er nicht einmal so tut, als würde er sich darum bemühen. Andere Schwierige geben sich doch hin und wieder den Anschein einzulenken. Nicht so der Skorpion, der herausfordernd darauf pocht, eben so und nicht anders zu sein und die Umgebung veranlasst, sich mit ihm zu arrangieren, nicht umgekehrt. Manche Skorpiongeborene treiben ihr Leben lang ein und dasselbe Spiel. Sie sind ständig dabei auszuprobieren, wie weit sie irgendeinen Bogen spannen können und überspannen den einen oder anderen. Manche leiden unter ihrer Veranlagung, ohne das je zuzugeben. In jedem Skorpion wohnt ein helles und ein dunkles Ich. Zum Beispiel Leidenschaft, die kraftvoll aufbauend wirkt und eine andere, die zerstört. Das Überwiegen der hellen Seelenkräfte prägt einen Skorpion, mit dem man relativ gut auskommen kann. Herrschen die dunklen Weseszüge vor, ergibt das jenen Skorpion, den man gerne den typischen nennt. Halten hell und dunkel einander das Gleichgewicht, so befinden sich der betreffende Skorpion in einem ständigen Spannungszustand und ist eher unglücklich und zerrissen. Völlig zufrieden sind Skorpion-Menschen nur in seltenen Ausnahmenfällen. Auch wenn sich ihr Leben erfolgreich gestaltet und sie wirklich keinen echten Grund zur Unzufriedenheit haben, schafft ihr Misstrauen einen herbei, aus dem Nichts, wenn es sein muss. In diesen Zeichen ist man ungemein aggmönisch. Die geliebte Frau, der geliebte Mann, ist sie eher auch wirklich treu? Die Freunde, die sich als so verlässlich und hilfsbereit erweisen, verfolgen sie vielleicht heimlich rein persönlichen Interessen? Der berufliche Erfolg, eben errungen und viel beneidet, ist er durch unsaubere Marschenschaften und Konkurrenz nicht schon wieder gefährdet? Und so weiter und so weiter. So unähnlich fragt und forscht der Skorpion-Typ unentwegt und vergelt sich damit so manchen Tag und manche Freude. Er fühlt sich zwar stark genug, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, hat also nicht eigentlich Angst und sein Selbstbewusstsein ist meist überdurchschnittlich. Doch das macht ihn nicht ruhiger. Er ist quasi ständig auf dem Sprung und verteidigungsbereit, auch wenn er nicht angegriffen wird. An tatsächlichen Angriffen, offene und versteckten, fehlt es im Leben der Skorpione allerdings auch nicht. Durch ihr oft schroffes Auftreten verscherzen sie sich manche Sympathien. Ihre Klugheit, ihr Organisationstalent, ihre Einsatzfreudigkeit werden bewundert. Aber eben nicht nur. Sie spielen gern die erste Geige im Beruf und im Privatleben. Was sie möchten, das muss geschehen. Wenn sie unternehmungslustig sind, halten sie die ganze Familie in Trab. Wenn sie ausruhen wollen, dann sollte nicht einmal eine Fliege husten. Gerät ein Mensch, der dem Skorpion nahesteht in Schwierigkeiten, ist der Skorpion zur Stelle. Er schimpft, spart nicht mit Vorwürfen, aber er hilft. Sehr tatkräftig, sehr wirkungsvoll und ohne sich darum zu kümmern, ob sein Eingreifen, so wie es erfolgt, im Sinne des Bedrängten ist. Er tut eben das, was er für das Beste hält, tut es nicht immer taktvoll und erntet auch nicht immer Dank dafür. Gerät er selbst in eine schwierige Lage, versucht er stets, sich aus eigener Kraft daraus zu befreien. Er liebt es nicht, in Abhängigkeit zu geraten. Zu den schlimmsten Dingen, die einem Skorpion zustößen können, gehört, dass er aus irgendeinem Grund, zum Beispiel durchs einkörperliches Leiden, auf fremde Hilfe angewiesen ist. Das kann ihn vollends unleidlich machen, aus Verzweiflung. Bereits das leiseste Anzeichen für ein Nachlassen der eigenen Kraft und Leistungsfähigkeit bewirkt bei einem Skorpion geborenen tiefe Depression. Seine Anpassungsfähigkeit ist gering und er kann sich folglich auch nicht an veränderte Lebenssituationen anpassen. Und immer dann, wenn er sich einen Konflikt befindet, unglücklich, verstört, verwundert ist, überdeckt er das mit verstärkter herrischen Verhalten. Was er sich wünscht, ist Liebe, Anerkennung, Bewunderung. Was er verabscheut, ist Mitleid. Dass er aus irgendeinem Grund einmal wirklich der Schwächere sein kann, will er ganz einfach nicht wahrhaben. Ist es ihm gegönnt, die eigenen Vorstellungen vom Lebensglück wenigstens zum größten Teil zu verwirklichen, dann ist der Skorpion am friedfertigsten, am entgegenkommendsten und liebenwürdigsten. Und dann zeigt er sogar den ihm eigenen, recht bizarren Humor. Skorpionmenschen haben ein stürmisches Naturell. Sie schießen leicht übers Ziel, beim Lieben wie beim Hassen, beim Geben und beim Fordern. Ihre Devise, alles oder nichts, reißt sie zwar zu Höchstleistungen empor, lässt sie aber auch in einen Abgrund der Bitterkeit stürzen, wenn sie nicht erreichen, was sie wollen. Sie befinden sich nicht nur nahezu chronisch im Kampf mit der Umwelt, von der sie sich verkannt oder gehemmt, ungerecht behandelt oder unverstanden fühlen. Der Kampf findet ebenso in ihrer eigenen Brust statt. Die zwei Seelen der Skorpionmenschen sind es, die einander dauernd befählen. Unzufriedenheit mit sich selbst gehört zum Skorpion auch dann, wenn er nicht an einen Minderwertigkeitskomplex, sondern eher an Selbstüberschätzung steht. In kaum einem anderen Zeichen kommt es so häufig vor, dass zu viel getan wird und dies immer noch als zu wenig empfunden wird. Maß halten, das müsste man den Skorpiongeborenen Tag für Tag einhämmern. Und gerade das ist ein Rat, der sie außer sich geraten lässt. Zu den großen Vorzügen dieser Menschen gehört ihr hervorragende Tatkraft, ihr Leistungswille, ihre zähe Energie. Freilich dicht daneben lauert schon die Rücksichtslosigkeit. Wenn sich das Schwergewicht nur ein wenig verschiebt, wenn negative Charakterzüge nur etwas stärker zur Geltung kommen, dann setzt sich der Skorpiontyp über die Regeln des Fairplay hinweg. Geistig hochstehende Vertreter dieses Zeichen führen eiskalt berechnete Schachzüge zur Ausschaltung eines Konkurrenten durch. Primitivere Skorpiongeborene versuchen sich mit Brutalität den Weg freizumachen. Die Rachsucht der Skorpionmenschen ist berüchtigt und zwar keineswegs zu Unrecht. Als Gegner kann dieser Typ gefährlich werden. Natürlich bedeutet das nun nicht, dass man um Menschen dieses Zeichens überhaupt besser einen Bogen machen müsste. Das durch und durch böse Skorpion ist ebenso die Ausnahme wie das helle Extrem. Die meisten stehen im Mittelfeld, sind heftig und leiden unter ihrer eigenen Heftigkeit, wollen das Gute und sind verzweifelt, wenn sie nicht ernten, was sie voll Hoffnung gesät haben. Ihre eigene Zwiespältigkeit macht sie schroff und abweisend und sie sehnen sich doch so sehr nach Menschen, die Ja zu ihnen sagen. Trotz allem, positiv ist die starke Liebesbereitschaft und Liebesfähigkeit der Skorpionmenschen. die Sie auf dem Tätig aufgenommen haben. Und sie sind nicht gireset, Vielen Dank.